Halli Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Eowa Magica. Ja, wir sind wieder da und wir haben einen Bomben-Blob. Ir-irg-irg-irg-irg-irg-wo ich-ich... Ehrlich, ich hab grad tatsächlich keine Ahnung wo, aber irgendwo haben wir einen Bomben-Blob. Wir haben auch noch einen Schildkröten-Blob. Und wir brauchen noch mehr Blobs. Ich weiß gar nicht, hab ich jetzt noch diese Dinger? Ich sammle mal ganz kurz ein bisschen ein, damit wir Essen haben. Für all unsere Brots. Ich bin schnell überlegen, ob wir nicht noch eine zweite Hütte hier bauen sollen. So, unser Bomben-Blob. Schön. Wir haben schon die Höhle da hinten in die Luft gesprengt. Aus Jux und Tollerei. Ne, mein Bomben-Blobbiger Bomben-Blob. Ja, Essen hab ich euch... Ich war mal überlegen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier gerade sind. Okay, wir haben ein Ei. Ich weiß nicht warum. Wir müssen noch ein Zwei... Ich werd gleich mal gucken. Ich werd... Ich werd gleich mal gucken. Warte mal, euch muss ich lieber... Warte, achso, ja, stimmt. Schildkröte und... äh... Dingens wollen ja. Stimmt. Stimmt. Die wollen ja Liebe. Der grüchende Leber. So. Gott nicht. Was gibt's denn heute? Käse. Uh, Käse. Da können wir ja mal richtig Kohle machen, wa? Käse, Käse, Käse. Käse. Oh, oh, da können wir... Oh, oh. Oh, wir sind voll. Ähm... Ich habe gesehen, wir haben gerade noch einen Stern. Okay. Was? Halt. Nein. Ich doof. Ich doof. Ich doof. Ich doof. Achttausend. Nice. Achttausend ist gut. So, wo haben wir denn... Wir haben noch zweimal Milch. Könnte man rein theoretisch... Ja, komm, die verkäsen wir. Das werden wir auch verkäsen, die zwei Milch hier. Ich habe nur eine gemacht, oder? Sagt mir die Wahrheit. Ich habe nur eine gemacht. So, was mich jetzt nochmal... Wir haben ja sogar auch... Wir können ja auch sowas machen. Können wir sogar, wenn wir genügend Stein und Holz haben. Aber ich glaube, Stein ist derzeit ein großes Problem, oder? Da hätten wir Platz für... Acht. Das wäre halt so ein... So ein... Für Milch und so ein ganzen Kram. Blobladenhaus. Also, wir brauchen Stein und Holz. Das Blöde ist, ich will den hier eigentlich irgendwo hinsetzen. Und wir haben hier unsere Palme hingesetzt. Das ist jetzt leider nicht der intelligenteste Move gewesen. Aber Palme kriegen wir noch. So, dann können wir das nämlich... Ich weiß nicht, wie groß es sein wird, aber ich wollte dann... Dann setzen wir den weiter hier rüber. Oder wir setzen die beiden ganz da rüber und setzen den anderen hier hin. Und dann können wir sagen, das werden unsere Zucht-Blob-Dings-Das. Weil wir haben ja einfach... Wir haben keinen Platz mehr. Das Problem ist halt wirklich, wir haben... Ups. Wir haben keinen Platz mehr. Der Platz ist weg. Ist kusch. Ist kusch. So, Banane, Brezel, Spielzeug... Dingens. Ich will gleich in die Höhle gucken. So. Banane. Haben wir eine Brezel? Haben wir keine Brezel? Wundert mich. Okay, wir können aber eine kaufen. Das ist ja kein Problem. Banane, Brezel, Spielzeug, Dingens. Brezel. Ich wusste doch, dass wir eine haben. Ich habe gewusst. So, mein Bester. Nee, du nicht. Du gehst mal weg. Da, du. Die soll ich lieb haben. So. Das Boot kann ich dir nicht geben. Das Boot kann ich dir nicht geben, weil es ein Boot ist. So, ich will in die Höhle gucken. Definitiv. Uns geht's gut? Ja, ne? Eigentlich geht's uns ja eigentlich gut. Eigentlich. Ich glaube, wir sind... Wir können in diese Höhle gehen. Ich frage mich, ob sie mit den anderen Dingen verbunden ist. Ist das... Nee. Oder? Nee. Wir sammeln trotzdem das Kupfer ein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ausgewichen. Ist es doch die Verbindung? Oder? Nee. Ich weiß nicht, warum ich so tief in die Höhle gehe. Ich kriege Angst. Vor allem, weil wir so hart verfolgt werden. Okay, guck mal her. Wir werden wirklich hart verfolgt. Wir werden ganz hart verfolgt. Dich hätte ich gerne immer noch, dass du ein bisschen Angriff dazu kriegst. Und du mach einfach nur Bum. Wir sind halt gegen den wirklich nicht wirklich. Das ist kein Team dagegen. Da brauchen wir unseren Schneemann. Da brauchen wir unseren Schneemann. Ist das auch sehr effektiv? Ich glaube, das ist nur irrelevant. Irrelevant effektiv. Noch ein bisschen. Was heißt noch ein bisschen? Er soll eigentlich noch ordentlich Angriff dazu bekommen. Angriff ist immer noch die beste Verteidigung im Leben. Eines Blobs. Wir hängen jetzt, glaube ich, in einer Schleife fest, oder? Das Blöde ist, dass Fledermäuschen gleich instant angreifen durfte. Und wir dann gleich wieder in diese Scheiße geraten sind, dass wir... Das ist kacke jetzt eigentlich. Eigentlich kacke. Wir sind aber trotzdem knallhart. Und müssen es dann halt durchziehen irgendwie. So, wie ist es, dieses Ding da tot? Ein bisschen hasse ich ja das Teil. Diese Fledermaus ist schon... Ja, sie hat so viel... Kontrollfähigkeit. Fuh, mehrfisch. Bombs. 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 Puh, ich hasse diese Viecher, ehrlich. Boom, zwei tot. Nee, nur der Pumpkin. Mist, ich dachte, den kriegen wir vorher. Ah, Fluren, Ficken und... Ich meine natürlich fiktive Dinger. Ja, tschüss. Wir haben ein kleines Problem hier. Kann das sein? Warte mal. Achso, wir sind sowieso wieder geheilt. Naja, dann können wir ja auch... Wow. Das wird uns bestimmt den Arsch retten. Okay. Okay. Das wird uns garantiert den Arsch retten. So. Wir leben. Äh, wir leben. Es ist kein schönes Leben, aber es ist immerhin da. Wir haben halt einfach keine Heilung, ne? Ich hoffe ja wenigstens, dass wir da die Fledermaus wegbekommen. Nein, natürlich nicht. Alles andere wäre ja auch ein bisschen Mobbing. Hoffen wir, dass du die Fledermaus wegbekommst? Nein, alles andere ist natürlich auch Mobbing. Mama, wir werden gemobbt. Ist in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Oh, ist doch in Ordnung. Hämlich entschieden, ist doch in Ordnung. Uiuiui. Werden wir hier auseinandergeschnuffelt. So. Fledermaus ist wenigstens weg. So, ich hol den hoch, weil den anderen, das lohnt sich nicht so wirklich. Der macht nicht so viel Schaden. Du machst mehr Schaden. Weil 13 jetzt auch nicht der Burner ist. So. Aber wir haben uns langsam wieder gefangen. Kann ja noch so erst quäken. Ah, leckum hier. So. Gut, er ist auch in dem Zauberding da. So, jetzt tun wir wenigstens auch weh. Wir sind ein bisschen tief reingegangen dafür, dass wir zu tief reingegangen sind. Wir haben ein bisschen zu sehr die Dinger zusammengesucht. Hier machst du einfach aus Spaß Burning Heart. Weil wir so viel Spaß haben hier, weißt du? Boah, nichts passiert. Jetzt nochmal aus Spaß Burning Heart. Und dann ist es sowieso Ende. So. Ich hasse diesen Stein, ehrlich, ich hasse ihn. Aber wenn nichts effektiv ist, als andere bewegt sich nicht, wir dürfen uns überhaupt... Wir kriegen ein Problem hier langsam. Wir kriegen gerade wirklich ein Problem. Wir haben uns so reingehammen. Wir haben so viele gesammelt, dass wir jetzt gerade tatsächlich ein kleines Problem kriegen. Ich werde einfach jetzt mal Dr. Risky machen und wir werden... Sind die angeschlagen? Ja, das ist gut. Das ist gut. Das heißt, die beiden sind nämlich schon mal tot. Okay, 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 okay. Kriegen wir den Tod? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich, eigentlich, eigentlich echt nicht. Eigentlich, ich... Ich will einfach nur weg von dem. He's mobbing me. Lauf! Nimm den Pilz mit. Lauf! Okay, okay, okay. Wer will? Du bekommst. Na! Ich hasse alles. Darf ich alles hassen in diesem Spiel? Ja, ne? Ich denke mal, das ist drin, oder? Ah, okay, gut. Okay, gut. Okay. Meine lustige Trainingsmethode. Ja, war doch easy, Mann. War doch easy. Oh, endlich ist diese Schade. Okay, merken, sie geben nicht nach, die Monstern. Sie geben nicht nach. Hier. So. Aber blind bist du trotzdem. Ist mir doch egal. Ist mir doch geil. Hier ist noch ein Pilz. Oh, Mann. Merken, sie geben halt auch einfach nicht nach, die Viecher. Okay, das machen wir nicht nochmal. Das war nicht der schlauste Move. Gebe ich zu. Aber wir haben hier aufgeräumt. Kannst du sagen, wenn du willst. Okay, was steht denn hier? Nichts, cool. Okay, von wo bin ich denn gekommen? Von da an nicht. Da sind noch Flupsis. Ah, da ist Silber. Ich hätte so gerne Silber. Aber da kann ich dann definitiv nichts abbauen. Okay, hier. Was ist das? Einfach nur zur Sicherheit. Weil wir werden jetzt eh keine Kämpfe mehr machen. Wir werden den da jetzt fangen. Gotcha. Ich weiß nicht, warum. Weil wir es können. Hier hinten ist Gold. Das ist ja goldig. Wir müssen raus hier. Aber ich muss aus dieser Höhle. Wir müssen wirklich mit Wasser... Mit Wasservieh hier rankommen. Ehrlich. Das ist furchtbar, wenn wir nicht mit Wasservieh hier rankommen. Das ist, glaube ich, unser Ausgang, oder? Das ist bestimmt unser Ausgang. So, ja, das war... Ja, ich möchte nicht sagen erfolgreich, aber es war ein Abenteuer. Wir haben alle unsere Essen, was wir für unsere Viecher-Blobs in den Dingern bräuchten, alle aufgemapst. Mann. Okay. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen ein. Cool. Dass wir wieder ein bisschen... ...auf Spur sind. Clover brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ja, ich habe aber auch tatsächlich so ein bisschen Steinproblem, dass keine Steine mehr auftauchen, ne? Das ist ja doch ein bisschen ärgerlich. Weil wir ja wieder 100 Steine brauchen. Und ich weiß noch gar nicht, wo wir Steine herbekommen dann. Wenn die Steine spawnen ja nicht wieder, oder? Die kommen ja nicht wieder. Das ist ja das Problem. Die kommen ja nicht wieder, die Steine. Das ist ja das Problem. Na gut. Theoretisch müssten die Sonnenblumen auch da sein. Warum ist mein Leben so? Warum, 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 warum mobbt mich mein Leben? Ich weiß gar nicht, was ich alles dabei habe. Was habe ich denn jetzt alles dabei? Du kannst weg. Du bist nur so ein Käfer. Das ist nicht immer mehr irgendwas wert. Du bist ein wertloser Käfer. Und das können wir machen. Das können wir machen. Den können wir nochmal verkaufen. Schön, dann kriegen wir auf jeden Fall wieder 8000. Das ist auf jeden Fall gut. Den Pilz packe ich hier mit drin, oder? Habe ich den irgendwo noch? Nö, ich habe den nicht. Unser Steinproblem ärgert mich ein bisschen. Das Steinproblem ärgert mich. Die Äpfel sind noch safe. Wir haben sogar bald Sommer. Vielleicht kommen ja zur Jahreszeit Wechselsteine wieder. Keine Ahnung. Aus der Höhle kriegst du ja keine Steine. Da kriegst du nur Erze. Und dafür in die Blobwelt gehen, um Steine zu sammeln, ist halt natürlich auch so ein bisschen arschig. Möchte ich eigentlich nicht. Melone. Danke. Ich habe noch Clover zum Donaten. Ich fahre jetzt in der Tasche die ganze Zeit herumführ. Wir gehen jetzt ins Bett. Unsere Blobs sind angeschlagen. Wir sind angeschlagen. Und das sollen... Aber ja, das sind tatsächlich unsere Blobs, die wir als letztes weggeschickt haben. Stimmt. Das erkenne ich an diesen ganzen Pinkfarben oder lila getutschelten Kürbissen. Stimmt. Das ist mir ja nicht aufgefallen. So, up ins Bett. Ja, bitte. Bis zum nächsten Tag schlafen. Ich habe auf die Fresse bekommen heute. Guten Tag. Da sind wir wieder. Oh, Geld. Dann gehen Sie bitte bis zum nächsten Tag. Und dann! coding prof